Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben einige Roborock-Tests in letzter Zeit an den Start gebracht und wir haben eure Fragen nach der Roborock-App gehört und deswegen soll es heute nicht um die Geräte und die Stationen an sich gehen, sondern wir wollen euch durch die Roborock-App führen, wir wollen euch ein paar Tricks und ein paar Tipps geben, wie ihr am besten und am effizienten mit der App umgeht. Übrigens, wenn du bis zum Ende bleibst, dann zeige ich dir, welche Probleme bei der Roborock-App am häufigsten auftreten und wie ihr die lösen könnt. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Wenn ihr euch einen Roborock zulegt oder wenn ihr einen Roborock bereits besitzt, habt ihr die Qual der Wahl. Es gibt nämlich die hauseigene Roborock-App und es gibt die App von Xiaomi, zu der Roborock ja gehört, die könnt ihr auch benutzen. Und die Entscheidung ist eigentlich relativ easy. Wenn ihr mehrere Smart-Home-Geräte von Xiaomi verwenden wollt, dann ergibt es durchaus Sinn, auch mal die Xiaomi-App zu benutzen, um den Roborock da einzubinden. Da ist das eben eine ganzheitliche Lösung für ein Xiaomi-Smart-Home. Und ansonsten, wenn ihr nur den Roborock verwendet, dann empfehlen wir euch klar, die Roborock-App zu nehmen, denn hier ist klar der Vorteil, dass die App perfekt auf den Roborock abgestimmt ist und da habt ihr einfach die bessere Übersicht und die bessere Funktion. Dazu kommt, dass wenn ihr die Roborock-App benutzt, dass da die neuen Features immer viel schneller aufgespielt werden und die Updates immer schneller da sind. Genauso wie die Fehlerbehebung natürlich. Okay, dann lasst uns jetzt mal tief in die App eintauchen. So, auch bei eurem Roboter und bei der Einrichtung der App könnt ihr natürlich auf den Datenschutz achten. Und die erste Aktion, die ihr euch überlegen müsst bei der Einrichtung der App ist, hier am Anfang werdet ihr gefragt, ob ihr die Daten für die Analyse und zur Verbesserung der Produkte etc. freigeben wollt. Und ich tendiere bei diesen Dingen auf Stoppen bzw. Nicht annehmen zu klicken. Das wird euer Gerät nicht im geringsten beeinflussen oder die Funktionsweise eures Geräts nicht im geringsten beeinflussen. Und ihr gebt nicht alle Daten direkt her. Dann schauen wir uns mal hier an, was es unter dem Reiter Profil gibt. Da gibt es natürlich ein paar interessante Optionen. Zunächst mal natürlich euer Profil hier oben. Dann kann man hier einstellen, ob man das automatische Firmware-Update möchten oder nicht. Ich rate euch dazu, dass ihr hier auf jeden Fall automatisch einstellt, damit ihr eben aktuell seid und keine Sicherheitslücken entstehen. Dann, das ist ein interessanter Punkt hier, die Gerätefreigabe. Da könnt ihr zum einen Freigaben erhalten, aber ihr könnt auch Geräte freigeben, zum Beispiel für euren Partner, eure Partnerin. Wenn ihr es eingerichtet habt, dann ladet ihr den sozusagen ein. Und dann kann der eben auch den Saugroboter bedienen über sein eigenes Device. Er muss nicht immer auf euch warten. Dann haben wir hier den Punkt Sprachsteuerung. Der ist auch sehr nützlich. Wir benutzen zum Beispiel zu Hause Apple Siri, also das HomeKit. Und da könnt ihr hier einfach Sprachbefehle hinzufügen, mit denen ihr dann euren Roboter über das HomeKit oder Google Home oder was auch immer ihr benutzt, Alexa, losschicken könnt. Einfach hier hinzufügen. Dann kriegt ihr hier so vorgefertigte Ideen. Und dann könnt ihr die hinzufügen und könnt die dann auch noch individualisieren. Sehr cool. Hilfe und Feedback ist klar, denke ich. Über uns ist auch ganz spannend. Kann man mal reingucken. Da findet man die Datenschutzverordnung und so. Und man findet auch hier diesen Punkt, den wir am Anfang abgelehnt haben. Also, dass man die Analysedaten rausgibt. Und man könnte dann quasi hier nachträglich auch noch ausschalten. Und dann hier, das ist auch ganz nett, über Roborock. Da findet ihr zum Beispiel die Werte von Roborock. Die Meilensteile des Unternehmens, wenn es interessiert. Hier noch die klassischen Einstellungen. Dann könnt ihr zum Beispiel Benachrichtigungseinstellungen vornehmen. Also, welche Nachrichten darf euch das Gerät schicken. Die Netzwerkeinstellungen überarbeiten. Das war es zu dem Punkt Profil. Hier habt ihr einen Reiter Benachrichtigungen. Da schickt euch der Roborock dann Nachrichtenrelevante. Hier sieht aus wie so ein Chat. Da steht jetzt Reinigung abgeschlossen. Und so weiter. Die Hauptbürste hat sich verheddert. Das sind eben die Kommunikationsmöglichkeiten eures Roboters. Damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wo und was gerade abgeht. Was sehen wir hier? Hier sehen wir den Hauptteil der App sozusagen. Die Roborock App ist sehr übersichtlich gestaltet, wie ihr seht. Auch hier sind schon einige nützliche Features zu sehen. Wir haben hier zum einen die Geräte, die quasi integriert sind in die App. Die angemeldet sind bei der App. Wir nehmen mal hier unseren Roborock S7 Max V. Der ist auch online. Ihr seht hier den Status. Dann seht ihr hier Schnellaktionen. Da kann man auch weitere Lieblingsaktionen, wie Roborock es nennt, hinzufügen. Zum Beispiel eine Reinigung nach der Mahlzeit. Die kann man dann auch bearbeiten und sagen, das und das soll nach jeder Mahlzeit gemacht werden. Und per Knopfdruck dann hier aktivieren. Gehen wir in das Gerät. Da geht man hier auf die Eingabe. Und dann, was sehen wir hier als allererstes? Eine kleine Übersicht über das Gerät, über den Status des Geräts und über den Raum, beziehungsweise der gereinigt werden soll in Kartenformat. Also hier oben sieht man die Größe der Reinigungsfläche, den Akkustand und die letzte Reinigungsdauer. Und dann hat man verschiedene Menüs. Man sieht hier ein kleines Quick-Menü. Hier oben sind drei Punkte, da geht es auch in ein Menü. Und hier unten sind auch noch Menüs. Das ist einfach so, dass viele Wege nach Rom führen. Und hier unten, die Sachen sind übersichtlicher. Wenn man schnell agieren möchte, klickt man hier auf Reinigen und los geht's. Hier kann ich auswählen, welche Reinigung er vornehmen soll. Also ich kann wählen zwischen Back- und Mob, Wischen, Saugen, Individuell. Und was ist der Unterschied? Hier macht er eben beides gleichzeitig, Saugen und Wischen. Und wir können hier natürlich immer die Intensität einstellen und die Strecke, die er zurücklegen soll. Also Standard oder eben Schnell, Schnellreinigungsmodus oder Standard, da ist er dann eben gründlicher. Und dann können wir auch sagen, okay, wir wollen heute nur wischen. Da können wir dann auch wieder die Wassermenge bestimmen und die Fahrtrichtung. Oder wir können sagen, nur saugen. Und hier ein kleiner Tipp, was ist das Besondere? Wir haben hier genauso wie beim Back- und Mob vier Saugstufen. Aber wenn wir nur saugen lassen, haben wir sogar noch eine fünfte Saugstufe, die Max Plus. Das ist für die Tiefenreinigung. Zum Beispiel bei hohen Teppichen kann man das auswählen. Und das macht nur dann Sinn, wenn man wirklich starke Saugkraft braucht. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit für die individuelle Gestaltung. Was passiert hier? Da kann man dann benutzerdefinierte Bearbeitungen beim Reinigungsmodus durchführen. Zum Beispiel sagen, in dem Raum möchte ich dies, in dem Raum möchte ich das. Oder man kann hier Smart aktivieren. Und dann wird jedes Zimmer entsprechend seines Bodenbelages und Zimmertyp angegangen. Was auch ganz cool ist, wir können hier wählen zwischen verschiedenen Kartentypen. Und zwar hier oben auf diesem 3D-Würfel. Da können wir auswählen, wollen wir eine 2D-Ansicht oder eine 3D-Ansicht oder sogar eine Matrix-Ansicht. Bei der Matrix-Ansicht ist es so, dass man dann mit der Kamera vom Handy den Raum abfilmt und dann diese Daten sozusagen Roborock überlässt. Wer möchte, dass die Chinesen wissen, wie ihr eure Wohnung von innen aussieht, kann das machen. Ob das jetzt wirklich einen Vorteil bei der Reinigung bringt, konnten wir nicht feststellen. Wie erstelle ich eine neue Karte? Ich kann hier auf Karten klicken zum Beispiel und dann unten auf neue Karte erstellen und dann macht sich der Robo ready, um die Wohnung zu erkunden und zu scannen. Wenn er dann fertig ist mit dem Erstellen der Karte, dann kannst du wiederum über diesen Karten-Button auswählen, welche Karte du verwenden möchtest. Beziehungsweise du kannst auch ein Menü aktivieren, dass der Roboter sich intelligent selbst die Karte auswählt. Dann kann ich hier Möbel hinzufügen. Also da geht es in der Auswahl von Möbeln. Da kannst du die eben, je nachdem wie es in deiner Wohnung aussieht, platzieren. Das ist eher eine Hilfe für dich, denn für den Roboter, weil der kann die Möbel als Hindernisse so oder so erkennen. Du hast dann allerdings immer die Option, das Möbel anzuklicken und dem Roboter zu sagen, hier ist ein Hindernis, hier musst du öfters saugen zum Beispiel. Für was ist das Drei-Punkte-Menü? Was finde ich hier alles? Wenn ich auf die drei Punkte klicke, dann komme ich in ein sehr ausführliches Menü. Ihr seht, hier sind super viele Einstellungen. Teilweise deckt sich das dann auch mit den anderen Einstellungsmöglichkeiten. Denn hier kann man witzige Dinge einstellen, zum Beispiel die Roboterstimme, kann man auch entscheiden, wie laut er ist und welche Sprache er sprechen soll. Wie kann ich meinen Roborock fernsteuern? Da gehe ich hier auf das Drei-Punkte-Menü. Dann sehe ich hier Fernsteuerung und dann kann ich sogar wählen, ob ich ein Tasten- oder Joystick-System zur Fernsteuerung haben möchte. Wo kann ich die Hinderniserkennung aktivieren? Da gehe ich hier auf die drei Punkte und dann komme ich hier Reaktive Hindernisumgehung. Da kann ich ganz viele verschiedene Punkte wählen, die die Sensitivität gegenüber Hindernissen beim Roboter einstellen lassen. Zum Beispiel weniger Kollisionen. Also wenn ich nicht möchte, dass er gegen alle meine Möbel dotzt, kann ich das hier aktivieren. Oder er kann sogar Fotos von Hindernissen aktivieren. Das habe ich jetzt aus Datenschutzgründen. Auch wenn hier steht, dass es nur im Gerät gespeichert wird, habe ich das mal deaktiviert. Aber hier könnt ihr euch ja mal durch die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten klicken. Haustierfreunde werden sich besonders freuen. Hier kann man dann für Haustiere nochmal besonders viel Sensitivität in die Hinderniserkennung reinbringen, damit das Haustier dann auch möglichst ungestört leben kann. Wie erstelle ich einen Reinigungsplan? Da gehe ich hier auf die drei Punkte und dann hier auf Pläne. Und dann kann ich den Reinigungsplan erstellen, kann ihn bearbeiten, kann ihn auch aktivieren oder eben deaktivieren. Sehr nützlich. Was uns vielleicht noch fehlt in der Roborock-App ist eine Erinnerungsfunktion. Zum Beispiel wenn wir einen Plan haben. Da habe ich euch ja gezeigt, wie man den einrichtet. Und dann legt der Roboter dann zum Beispiel um 10 Uhr los zu putzen. Cool wäre, wenn man halt vorher benachrichtigt wird, dass der Roboter einem sagt, hier füll mal bitte das Frischwasser auf und mach mal den richtigen Reiniger rein, damit ich dann um 10 Uhr auch wirklich wischen kann. Übrigens, wenn ihr ein richtiges Reinigungsmittel braucht, dann könnt ihr auch mal in der Beschreibung schauen. Da habe ich euch einen Link mit Rabattcode hinterlegt. Kann ich auch meine Servicestation über die App steuern? Natürlich kann man auch die Roborock-Servicestation über die App steuern. Wir gehen hier auf das Drei-Punkte-Menü, dann gehen wir zur Einstellung der Dockingstation und hier können wir wichtige Einstellungen vornehmen bezüglich der Mobwäsche. Wir können hier das Intervall steuern. Wir haben hier jetzt alle 10 Minuten, soll der Mob während des Reinigens ausgewaschen werden. Dadurch haben wir einen möglichst sauberen Mob während des Putzens. Das braucht ein bisschen mehr Wasser, aber dafür wird der Boden auch sauberer. Dann haben wir hier Mobwäsche-Intensität. Da kann man einstellen, ob man eben viel Wasser und intensiv oder eben weniger intensiv den Mob waschen möchte. Und das machen wir abhängig von dem Grat des Schmutzes in unserer Wohnung. Der Grat der Verschmutzung unserer Wohnung. Dann können wir hier aktivieren. Wir haben hier immer aktiviert, dass nach jeder Reinigung der Mob, dass nach jeder Reinigung der Saugropotter entleert wird. Das ist natürlich sinnvoll, damit der Schmutz nicht länger als nötig in dem Roboter drin ist. Super praktisch. Findet man auch für die Wartung-Einstellungen in der App? Yes! Und zwar hier auf unserem Menü unter dem Punkt Wartung findet ihr hier eine Übersicht, wann welches Teil gewartet werden muss. Zum Beispiel, wann die Filter ausgetauscht werden müssen oder die Bürsten oder die Mobs. Und wenn ihr Ersatzteile braucht, dann schaut mal bitte in der Beschreibung. Da packe ich euch ein paar Links rein zu Roborock-Einstellungen. Hier seht ihr zum Beispiel auch, wenn der Staubbeutel voll ist. Der Link ist in der Beschreibung. Die Roborock-App funktioniert eigentlich hervorragend, aber hin und wieder kann es natürlich doch zu Problemen kommen. Und die liegen dann aber erfahrungsgemäß in der Regel bei der Verbindung mit dem WLAN. Und da haben wir wirklich ausführlich recherchiert und alle Probleme und die dazugehörigen Lösungen zusammengetragen. Und die findest du hier auf unserer Website. Einfach mal den Link in der Beschreibung anklicken und dann kannst du hier eine wunderbare Übersicht finden mit allen Problemen und Lösungsmöglichkeiten. Viel Erfolg! Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib es gerne in die Kommentare. Okay, kommen wir zum kleinen Fazit zur Roborock-App. Wir haben jetzt wirklich sehr viele Apps getestet. Wir haben Dreamy getestet, Ecovacs. Wir haben iRobot. Roborock ist wirklich eine der besten Apps. Wir haben langfristig gute Erfahrungen, die sehr nutzerfreundlich, übersichtlich, ohne große Probleme, einfach das Gesamtpaket passt. Und übrigens, wir haben hier einen super Roborock in der Pipeline, den wir gerade testen. Und wenn du am Ball bleiben willst, dann folge unseren Kanal. Bis dahin, ciao, kakao. Bis dahin, ciao, kakao.